Dialog 1 Kunst und künstlerische Vorlieben Emma und David unterhalten sich über Kunst und ihre persönlichen künstlerischen Vorlieben. Sie teilen ihre Eindrücke von verschiedenen Kunststilen und diskutieren ihre Lieblingskünstler. Hallo David, ich habe gehört, du bist auch an Kunst interessiert. Welchen Kunststil magst du am liebsten? Hallo Emma, ja, ich finde Kunst faszinierend. Ich mag besonders den Impressionismus. Die lebendigen Farben und die Darstellung des Lichts in den Gemälden beeindrucken mich sehr. Das kann ich verstehen, David. Impressionistische Gemälde haben wirklich eine besondere Atmosphäre. Ich persönlich stehe mehr auf abstrakte Kunst. Die kreativen Formen und Farbkompositionen ziehen mich magisch an. Das ist interessant. Emma, abstrakte Kunst ist wirklich vielseitig und lässt viel Raum für Interpretation. Gibt es einen bestimmten abstrakten Künstler, den du besonders magst? Ja, ich bewundere die Werke von Wassily Kandinsky. Seine abstrakten Gemälde haben eine starke emotionale Wirkung auf mich. Die Art und Weise, wie er Farben und Formen kombiniert, ist einfach beeindruckend. Das kann ich nachvollziehen, Emma. Kandinsky ist zweifellos ein herausragender Künstler. Neben dem Impressionismus interessiere ich mich auch für den Surrealismus. Die surrealen Gemälde von Salvador Dali faszinieren mich durch ihre ungewöhnlichen und traumähnlichen Motive. Oh ja, Dali ist ein Meister des Surrealismus. Seine Gemälde sind wirklich außergewöhnlich und regen die Fantasie an. Hast du auch eine Vorliebe für bestimmte Kunstrichtungen? Ja, neben dem Surrealismus finde ich auch den Expressionismus sehr interessant. Die emotionalen Ausdrucksformen und die lebendigen Farben in den expressionistischen Gemälden beeindrucken mich. Ein Künstler, den ich in diesem Zusammenhang sehr schätze, ist Edward Munch. Das verstehe ich, David. Munch ist bekannt für sein berühmtes Gemälde, Der Schrei. Seine Werke haben eine tiefgründige und melancholische Stimmung. Gibt es eine Kunstform, die du gerne selbst ausprobieren möchtest? Ja, ich würde gerne mit der Streetart experimentieren. Die Möglichkeit, öffentliche Räume zu nutzen und mit Graffiti und Stencils kreative Botschaften zu vermitteln, fasziniert mich. Es ist eine Kunstform, die die Menschen direkt erreicht. Das klingt spannend, David. Streetart kann wirklich eine kraftvolle Form des Ausdrucks sein. Ich selbst habe schon verschiedene Maltechniken ausprobiert, wie Aquarellmalerei und Pastellzeichnungen. Das ist großartig, Emma. Es ist schön, dass du dich künstlerisch ausdrücken kannst. Hast du noch andere Künstler, die dich inspirieren? Ja, neben Kandinsky finde ich auch Frida Kahlo inspirierend. Ihre Selbstportraits sind so ausdrucksstark und erzählen Geschichten aus ihrem Leben. Sie war eine starke und einflussreiche Künstlerin. Ich stimme dir zu, Emma. Frida Kahlo war eine bemerkenswerte Künstlerin und ihre Werke sind inspirierend. Es ist toll, wie Kunst uns auf unterschiedliche Weise berühren und inspirieren kann. Da hast du absolut recht, David. Die Vielfalt der Kunst ist wirklich faszinierend. Es war schön, mit dir über unsere künstlerischen Vorlieben zu sprechen und neue Künstler kennenzulernen. Das fand ich auch, Emma. Es ist immer inspirierend, über Kunst zu sprechen und neue Perspektiven zu entdecken. Lass uns weiterhin unsere Begeisterung für die Kunst teilen. Auf jeden Fall, David. Ich freue mich schon darauf, weitere Kunstwerke zu entdecken und unsere Eindrücke auszutauschen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Emma. Viel Spaß beim Entdecken neuer Kunstwerke und lass dich weiterhin von der Kunst inspirieren. David, ich bin neugierig, ob du auch gerne fotografierst. Fotografie ist für mich eine weitere Form der Kunst, die ich sehr schätze. Ja, Emma. Ich fotografiere gerne. Es ist erstaunlich, wie man mit einem Foto Geschichten erzählen und Emotionen einfangen kann. Welche Art von Fotografie interessiert dich am meisten? Ich finde Landschaftsfotografie besonders faszinierend. Die Möglichkeit, die Schönheit der Natur einzufangen und sie für immer festzuhalten, ist etwas Besonderes. Wie sieht es mit dir aus, David? Ich interessiere mich für Porträtfotografie. Es ist spannend, die Persönlichkeit und die Ausdrücke von Menschen einzufangen. Ich mag es, mit Licht und Schatten zu spielen, um emotionale Porträts zu erzeugen. Das klingt wirklich interessant, David. Porträtfotografie erfordert viel Fingerspitzengefühl, um die Stimmung des Models einzufangen. Gibt es einen bestimmten Fotografen, den du bewunderst? Ja, ich bewundere die Werke von Anni Leibovitz. Ihre Porträts sind ikonisch und fangen die Essenz der fotografierten Personen ein. Sie schafft es, Geschichten in einem einzigen Bild zu erzählen. Das kann ich absolut nachvollziehen, David. Anni Leibovitz ist eine herausragende Fotografin. Ihre Arbeit ist einzigartig und beeindruckend. Hast du noch andere Lieblingsfotografen? Ja, ich mag auch die surrealen Fotografien von Man Ray. Seine Experimente mit Licht und Schatten erzeugen eine mysteriöse und faszinierende Atmosphäre in seinen Bildern. Das ist interessant, David. Man Ray war definitiv ein innovativer Fotograf. Ich persönlich finde auch die Straßenfotografie sehr inspirierend. Die Möglichkeit, den Puls der Stadt einzufangen und die Menschen in ihrem natürlichen Umfeld zu beobachten, fasziniert mich. Das verstehe ich, Emma. Straßenfotografie kann wirklich spannend sein. Es gibt so viele interessante Geschichten, die man auf den Straßen entdecken kann. Gibt es einen bestimmten Ort, den du gerne fotografieren möchtest? Ich träume davon, einmal nach Paris zu reisen und die berühmten Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm und die malerischen Gassen zu fotografieren. Die Stadt hat eine so romantische und inspirierende Atmosphäre. Das klingt nach einem großartigen Ziel, Emma. Paris bietet unzählige Fotomotive und eine reiche künstlerische Geschichte. Ich hoffe, dass du bald die Gelegenheit hast, deine fotografischen Träume dort zu verwirklichen. Danke, David. Ich hoffe es auch. Es ist wirklich inspirierend, über unsere gemeinsame Leidenschaft für Kunst und Fotografie zu sprechen. Ich freue mich schon auf weitere künstlerische Gespräche mit dir. Ganz meinerseits, Emma, es ist immer toll, sich mit dir über Kunst auszutauschen und neue Perspektiven kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, David. Viel Spaß beim Fotografieren und lass dich weiterhin von der Kunst inspirieren. David, ich habe vor kurzem ein Kunstwerk gesehen, das mich wirklich fasziniert hat. Es war ein abstraktes Gemälde mit lebendigen Farben und dynamischen Formen. Was hältst du von abstrakter Kunst? Abstrakte Kunst kann wirklich aufregend sein, Emma. Ich mag die Freiheit, die Künstler haben, um ihre Emotionen und Ideen auf eine einzigartige und kreative Weise auszudrücken. Gibt es einen bestimmten abstrakten Künstler, den du bewunderst? Ja, ich finde die Werke von Wassily Kandinsky sehr inspirierend. Seine abstrakten Gemälde sind voller Energie und strahlen eine gewisse Harmonie aus, obwohl sie keine erkennbaren Gegenstände darstellen. Kandinsky ist definitiv ein bedeutender abstrakter Künstler, Emma. Seine Werke haben die Kunstwelt beeinflusst und neue Wege der Selbstexpression eröffnet. Was hältst du von realistischer Kunst? Realistische Kunst beeindruckt mich auch, David. Es erfordert viel technisches Können, um die Details und die Realität so präzise darzustellen. Gibt es einen realistischen Künstler, den du bewunderst? Ich bewundere die Werke von Johannes Vermeer. Seine Gemälde sind so detailreich und fangen die Stimmung und das Licht auf eine meisterhafte Weise ein. Es ist erstaunlich, wie er alltägliche Szenen so lebendig und realistisch darstellen kann. Vermeer ist wirklich ein herausragender Künstler, David. Seine Gemälde haben eine zeitlose Qualität und strahlen eine gewisse Ruhe und Schönheit aus. Gibt es noch andere Kunststile, die du magst? Ich finde auch den expressionistischen Stil interessant, Emma. Die lebendigen Farben und die Verzerrung von Formen können starke Emotionen und Ausdrücke vermitteln. Welcher Kunststil spricht dich noch an? Ich finde den impressionistischen Stil auch sehr ansprechend. Die Art und Weise, wie die Künstler das Licht einfangen und die Atmosphäre darstellen, ist einfach wunderbar. Welche impressionistischen Künstler magst du? Ich bewundere die Werke von Claude Monet und seine berühmten Seerosenbilder. Die Art und Weise, wie er die Natur und die Reflexionen im Wasser darstellt, ist einfach magisch. Es erzeugt eine beruhigende und poetische Stimmung. Monet ist definitiv ein Meister des impressionistischen Stils, David. Seine Gemälde haben eine zeitlose Schönheit, die die Betrachter in eine andere Welt entführt. Es ist toll, dass wir ähnliche künstlerische Vorlieben haben. Das finde ich auch, Emma. Es ist schön, dass wir uns in Bezug auf Kunst und künstlerische Vorlieben gut verstehen. Es gibt so viele inspirierende Künstler und Stile da draußen, die wir entdecken können. Absolut. David, die Welt der Kunst ist voller Vielfalt und Möglichkeiten. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken und sich von inspirieren zu lassen. Ich freue mich darauf, mehr über Kunst zu erfahren und unsere Gespräche fortzusetzen. Ganz meinerseits, Emma, es ist immer toll, sich mit dir über Kunst auszutauschen und neue Perspektiven kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, David. Lass uns weiterhin unsere künstlerische Reise fortsetzen und uns von der Kunst inspirieren lassen. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 2 Unvergessliche Schul- und Studienerlebnisse Laura und Tim tauschen Erinnerungen an ihre unvergesslichen Schul- und Studienerlebnisse aus. Hey Tim, ich erinnere mich gerade an unsere Schul- und Studienzeit und all die lustigen Erlebnisse. Hast du auch solche unvergesslichen Momente? Oh ja, definitiv, Laura. Es gibt so viele wunderbare Erinnerungen, die ich aus meiner Schul- und Studienzeit mitnehme. Welche kommen dir als erstes in den Sinn? Eines meiner unvergesslichen Erlebnisse war definitiv unsere Klassenfahrt in der 9. Klasse. Wir waren alle so aufgeregt und hatten so viel Spaß zusammen. Stimmt. Die Klassenfahrt war wirklich toll. Erinnerst du dich noch an die lustigen Abende, als wir Spiele gespielt und bis spät in die Nacht gelacht haben? Oh ja, das waren wirklich unvergessliche Abende. Ich erinnere mich auch an unseren Abschlussball. Wir haben alle unsere besten Kleider angezogen und eine großartige Zeit zusammen gehabt. Absolut. Der Abschlussball war der krönende Abschluss unserer Schulzeit. Wir haben getanzt, gelacht und viele Erinnerungsfotos gemacht. Und wie steht es mit deiner Studienzeit, Tim? Gibt es besondere Erlebnisse, die dir im Gedächtnis geblieben sind? Oh ja, definitiv. Ein unvergessliches Erlebnis war die Zeit, als wir ein Projektteam gebildet haben und gemeinsam an einer großen Präsentation gearbeitet haben. Wir haben uns gegenseitig unterstützt und am Ende eine hervorragende Arbeit abgeliefert. Das erinnert mich an unser Semester im Ausland. Wir haben neue Freundschaften geschlossen, andere Kulturen kennengelernt und unglaubliche Erfahrungen gemacht. Ja. Das Auslandssemester war wirklich prägend. Wir haben viel gelernt und uns persönlich weiterentwickelt. Es war eine unvergessliche Zeit. Absolut. Ich erinnere mich auch an die Aufregung vor den Klausuren und wie wir uns gegenseitig motiviert und unterstützt haben. Oh ja, das war eine stressige Zeit. Aber wir haben es gemeinsam gemeistert. Es hat sich so gut angefühlt, unsere Ziele zu erreichen. Definitiv. Es waren nicht nur die großen Ereignisse, sondern auch die kleinen Momente, die unsere Schul- und Studienzeit so unvergesslich gemacht haben. Wie die gemeinsamen Lerngruppen oder die spontanen Treffen nach dem Unterricht. Da hast du recht, Laura. Es sind diese kleinen Augenblicke der Gemeinschaft und des Zusammenhalts, die unsere Erinnerungen besonders machen. Genau. Unsere Schul- und Studienzeit hat uns nicht nur Wissen vermittelt, sondern uns auch wertvolle Freundschaften und Erinnerungen geschenkt. Das sehe ich genauso, Laura. Es war eine Zeit des Wachstums, der Herausforderungen und des Spaßes. Ich bin dankbar für all die unvergesslichen Erlebnisse. Ich auch, Tim. Es war schön, mit dir über unsere Erinnerungen zu sprechen. Es hat mich zum Lächeln gebracht. Mich auch, Laura. Lass uns diese Erinnerungen im Herzen bewahren und auf weitere unvergessliche Abenteuer im Leben vorbereitet sein. Das klingt großartig, Tim. Danke für dieses schöne Gespräch. Gern geschehen, Laura. Es war mir eine Freude. Auf viele weitere unvergessliche Erlebnisse in der Zukunft. Auf jeden Fall. Bis bald, Tim. Bis bald, Laura. Mach's gut. Hey Tim, ich erinnere mich gerade an unsere Schul- und Studienzeit und all die lustigen Erlebnisse. Hast du auch solche unvergesslichen Momente? Oh ja, definitiv, Laura. Es gibt so viele wunderbare Erinnerungen, die ich aus meiner Schul- und Studienzeit mitnehme. Welche kommen dir als erstes in den Sinn? Eines meiner unvergesslichen Erlebnisse war definitiv unsere Klassenfahrt in der 9. Klasse. Wir waren alle so aufgeregt und hatten so viel Spaß zusammen. Stimmt. Die Klassenfahrt war wirklich toll. Erinnerst du dich noch an die lustigen Abende, als wir Spiele gespielt und bis spät in die Nacht gelacht haben? Oh ja, das waren wirklich unvergessliche Abende. Ich erinnere mich auch an unseren Abschlussball. Wir haben alle unsere besten Kleider angezogen und eine großartige Zeit zusammen gehabt. Absolut. Der Abschlussball war der krönende Abschluss unserer Schulzeit. Wir haben getanzt, gelacht und viele Erinnerungsfotos gemacht. Und wie steht es mit deiner Studienzeit, Tim? Gibt es besondere Erlebnisse, die dir im Gedächtnis geblieben sind? Oh ja, definitiv. Ein unvergessliches Erlebnis war die Zeit, als wir ein Projektteam gebildet haben und gemeinsam an einer großen Präsentation gearbeitet haben. Wir haben uns gegenseitig unterstützt und am Ende eine hervorragende Arbeit abgeliefert. Das erinnert mich an unser Semester im Ausland. Wir haben neue Freundschaften geschlossen, andere Kulturen kennengelernt und unglaubliche Erfahrungen gemacht. Ja. Das Auslandssemester war wirklich prägend. Wir haben viel gelernt und uns persönlich weiterentwickelt. Es war eine unvergessliche Zeit. Absolut. Ich erinnere mich auch an die Aufregung vor den Klausuren und wie wir uns gegenseitig motiviert und unterstützt haben. Oh ja, das war eine stressige Zeit. Aber wir haben es gemeinsam gemeistert. Es hat sich so gut angefühlt, unsere Ziele zu erreichen. Definitiv. Es waren nicht nur die großen Ereignisse, sondern auch die kleinen Momente, die unsere Schul- und Studienzeit so unvergesslich gemacht haben. Wie die gemeinsamen Lerngruppen oder die spontanen Treffen nach dem Unterricht. Da hast du recht, Laura. Es sind diese kleinen Augenblicke der Gemeinschaft und des Zusammenhalts, die unsere Erinnerungen besonders machen. Genau. Unsere Schul- und Studienzeit hat uns nicht nur Wissen vermittelt, sondern uns auch wertvolle Freundschaften und Erinnerungen geschenkt. Das sehe ich genauso, Laura. Es war eine Zeit des Wachstums, der Herausforderungen und des Spaßes. Ich bin dankbar für all die unvergesslichen Erlebnisse. Ich auch, Tim. Es war schön, mit dir über unsere Erinnerungen zu sprechen. Es hat mich zum Lächeln gebracht. Mich auch, Laura. Lass uns diese Erinnerungen im Herzen bewahren und auf weitere unvergessliche Abenteuer im Leben vorbereitet sein. Das klingt großartig, Tim. Danke für dieses schöne Gespräch. Gern geschehen, Laura. Es war mir eine Freude. Auf viele weitere unvergessliche Erlebnisse in der Zukunft. Auf jeden Fall. Bis bald, Tim. Bis bald, Laura. Mach's gut. Tim, ich erinnere mich gerade an unser letztes Schuljahr und wie aufregend es war. Hast du auch unvergessliche Erlebnisse aus dieser Zeit? Oh ja, Laura. Unser letztes Schuljahr war wirklich besonders. Eine meiner unvergesslichen Erinnerungen ist unsere Abschlussfeier. Wir haben unsere Zeugnisse erhalten und Abschied von unseren Lehrern genommen. Ja, die Abschlussfeier war ein emotionaler Moment für uns alle. Es war eine Mischung aus Stolz, Freude und Wehmut. Absolut. Und erinnerst du dich an unseren Abschiedsausflug? Wir haben eine Fahrradtour gemacht und sind gemeinsam in die Natur gefahren. Oh ja, das war ein wunderschöner Ausflug. Wir haben die frische Luft genossen und sind durch malerische Landschaften geradelt. Es war eine tolle Möglichkeit, uns als Klasse noch einmal zu verbinden. Genau. Dieser Ausflug hat uns noch enger zusammengebracht. Es war auch eine Gelegenheit, den Stress der Prüfungen hinter uns zu lassen und einfach Spaß zu haben. Da hast du recht. Es gab aber auch herausfordernde Zeiten während unserer Schul- und Studienzeit, nicht wahr? Oh ja, definitiv. Eine meiner herausforderndsten Erfahrungen war die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen. Es erforderte viel Disziplin und Durchhaltevermögen, aber am Ende hat sich die harte Arbeit gelohnt. Das kann ich nur bestätigen. Ich erinnere mich auch an die langen Nächte des Lernens und die Gruppenarbeiten, bei denen wir gemeinsam Aufgaben bewältigt haben. Ja. Diese Gruppenarbeiten haben uns gezeigt, wie wichtig Teamarbeit und Zusammenarbeit sind. Wir haben voneinander gelernt und uns gegenseitig unterstützt. Das stimmt. Es war schön, Teil einer solch engagierten und motivierten Gemeinschaft zu sein. Absolut. Und nicht zu vergessen sind die außerschulischen Aktivitäten, an denen wir teilgenommen haben. Wie beispielsweise die Schulaufführungen oder Sportwettbewerbe. Oh ja, diese Veranstaltungen haben unseren Schulalltag bereichert. Es war toll, unser Talent zu zeigen und gemeinsam als Team anzutreten. Definitiv. Ich denke, unsere Schul- und Studienzeit hat uns nicht nur fachliches Wissen vermittelt, sondern uns auch geholfen, uns als Individuen weiterzuentwickeln und wichtige Fähigkeiten zu erlernen. Da hast du recht, Tim. Es war eine Zeit des persönlichen Wachstums und der Entdeckung unserer Leidenschaften und Talente. Genau. Ich bin dankbar für all die Lehrer, Freunde und Erfahrungen, die mich geprägt haben. Ich auch, Tim. Unsere Schul- und Studienzeit wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Das kann ich nur unterschreiben, Laura. Es war schön, sich mit dir über unsere Erinnerungen auszutauschen. Ja, das war es wirklich. Lass uns diese Erinnerungen in Ehren halten und auf weitere unvergessliche Momente in der Zukunft hoffen. Auf jeden Fall. Bis bald, Laura. Bis bald, Tim. Mach's gut. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 3 Persönliche Erfahrungen mit Persönlichkeitsentwicklungsworkshops In diesem Gespräch zwischen Anna und Jonas tauschen sie ihre persönlichen Erfahrungen mit Persönlichkeitsentwicklungsworkshops aus. Sie diskutieren die Bedeutung solcher Workshops und wie sie ihnen geholfen haben, persönliches Wachstum zu erreichen. Hallo Jonas. Ich habe gehört, du hast an einigen Persönlichkeitsentwicklungsworkshops teilgenommen. Wie war deine Erfahrung? Hallo Anna. Ja. Ich habe tatsächlich an einigen Workshops teilgenommen. Sie waren sehr bereichernd und haben mir geholfen, mich persönlich weiterzuentwickeln. Das klingt interessant. Welche Art von Workshops hast du besucht? Ich habe an Workshops teilgenommen, die sich mit Themen wie Selbstreflexion, Kommunikation und persönlichem Wachstum beschäftigen. Wie haben dir diese Workshops geholfen, dich weiterzuentwickeln? Sie haben mir geholfen, mich selbst besser kennenzulernen und meine Stärken und Schwächen zu erkennen. Außerdem habe ich gelernt, effektiver zu kommunizieren und meine Ziele klarer zu definieren. Das klingt nach wertvollen Erkenntnissen. Gab es einen bestimmten Workshop, der besonders herausragend war? Ja. Es gab einen Workshop zum Thema, Selbstvertrauen und Selbstliebe, der einen großen Einfluss auf mich hatte. Ich habe gelernt, mich selbst anzunehmen und meine eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Das ist großartig. Wie hast du das Gelernte in deinem Alltag angewendet? Ich habe angefangen, regelmäßig Selbstreflexion zu betreiben und mir bewusst Zeit für mich selbst zu nehmen. Außerdem habe ich gelernt, meine Grenzen zu setzen und besser auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten. Das sind wichtige Schritte für persönliches Wachstum. Hast du auch Veränderungen in deinen Beziehungen bemerkt? Definitiv. Durch die Verbesserung meiner Kommunikationsfähigkeiten konnte ich meine Beziehungen zu Familie, Freunden und Kollegen stärken. Es fällt mir jetzt leichter, meine Gedanken und Gefühle auszudrücken. Das ist beeindruckend. Ich interessiere mich auch für solche Workshops. Welchen Tipp würdest du mir geben, wenn ich daran teilnehmen möchte? Mein Tipp wäre, offen für neue Erfahrungen zu sein und bereit zu sein, an dir selbst zu arbeiten. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um das Gelernte zu verarbeiten und in deinem Alltag umzusetzen. Danke für den Tipp, Jonas. Ich werde definitiv darüber nachdenken und mich erkundigen, welche Workshops für mich geeignet sein könnten. Gern geschehen, Anna. Es freut mich, dass ich dir helfen konnte. Wenn du weitere Fragen hast oder mehr über meine Erfahrungen wissen möchtest, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Das ist sehr nett von dir, Jonas. Ich werde mich auf jeden Fall bei dir melden, wenn ich weitere Informationen benötige. Nochmals vielen Dank. Kein Problem, Anna. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deiner Reise zur persönlichen Entwicklung. Jonas, du hast erwähnt, dass du in den Workshops verschiedene Techniken gelernt hast. Könntest du mir einige davon nennen? Natürlich, Anna. Eine Technik, die ich gelernt habe, ist die Achtsamkeitsmeditation. Sie hilft dabei, den Geist zu beruhigen und im Moment präsent zu sein. Ich habe auch gelernt, positive Affirmationen zu nutzen, um mein Selbstvertrauen zu stärken. Das klingt interessant. Wie hat dir die Achtsamkeitsmeditation geholfen? Die Achtsamkeitsmeditation hat mir geholfen, meinen Geist zu fokussieren und mich weniger von negativen Gedanken ablenken zu lassen. Sie hat auch dazu beigetragen, meine Stressreaktionen zu reduzieren und mehr Ruhe und Gelassenheit in meinem Leben zu finden. Das klingt nach einer wertvollen Technik. Hast du noch weitere Übungen gelernt? Ja, definitiv. Eine weitere Übung, die ich gelernt habe, ist das Journaling. Das Schreiben meiner Gedanken und Gefühle hat mir geholfen, Klarheit zu gewinnen und meine Emotionen besser zu verstehen. Ich habe auch gelernt, positive Gewohnheiten zu entwickeln, wie zum Beispiel regelmäßige Bewegung und gesunde Ernährung. Das klingt nach einem ganzheitlichen Ansatz zur persönlichen Entwicklung. Hast du auch Tipps für diejenigen, die mit persönlichem Wachstum beginnen möchten? Auf jeden Fall. Mein erster Tipp wäre, sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen und sich selbst besser kennenzulernen. Es ist auch wichtig, sich Ziele zu setzen und Schritt für Schritt daran zu arbeiten. Ein weiterer Tipp ist, ein unterstützendes Umfeld zu suchen, sei es in Form von Freunden, Familie oder einer Selbsthilfegruppe. Das sind großartige Tipps, Jonas. Ich denke, es ist auch wichtig, geduldig mit sich selbst zu sein und sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen, richtig? Absolut, Anna. Persönliches Wachstum braucht Zeit und Geduld. Es ist wichtig, sich selbst zu akzeptieren und sich von kleinen Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen. Der Prozess ist genauso wichtig wie das Ergebnis. Das ist eine gute Erinnerung. Vielen Dank, Jonas. Ich schätze deine Offenheit und die geteilten Einblicke. Gern geschehen, Anna. Es war mir eine Freude, meine Erfahrungen mit dir zu teilen. Wenn du weitere Fragen hast oder noch mehr über persönliches Wachstum und die Workshops erfahren möchtest, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Vielen Dank, Jonas. Ich werde auf jeden Fall weiterhin an meinem persönlichen Wachstum arbeiten und mich bei dir melden, wenn ich weitere Informationen benötige. Nochmals vielen Dank für deine Zeit und Unterstützung. Kein Problem, Anna. Ich freue mich darauf, von dir zu hören und wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg zur persönlichen Entwicklung. Du bist auf dem richtigen Weg. Jonas, wir haben über die verschiedenen Techniken und Übungen gesprochen, die wir in den Workshops gelernt haben. Aber wie setzen wir das Gelernte langfristig in unserem Alltag um? Gute Frage. Anna. Für mich war es wichtig, das Gelernte in meine tägliche Routine zu integrieren. Zum Beispiel mache ich morgens eine kurze Achtsamkeitsmeditation, um den Tag bewusst zu beginnen. Ich schreibe auch regelmäßig in mein Journal, um meine Gedanken zu reflektieren und Ziele zu setzen. Das klingt nach einer sinnvollen Gewohnheit. Ich versuche auch, Achtsamkeit in meinen Alltag zu integrieren, besonders wenn ich gestresst bin. Es hilft mir, einen klaren Kopf zu bewahren und mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Das ist großartig, Anna. Achtsamkeit kann uns wirklich dabei helfen, den Moment zu genießen und stressige Situationen besser zu bewältigen. Gibt es noch andere Wege, wie du das Gelernte umsetzt? Ja, definitiv. Ich habe gelernt, positive Affirmationen zu verwenden, um mein Selbstvertrauen zu stärken. Jeden Morgen sage ich mir selbst positive Sätze, um mich motiviert und selbstbewusst zu fühlen. Ich versuche auch, meine Ziele in kleine Schritte zu unterteilen und regelmäßig daran zu arbeiten. Das klingt nach einer effektiven Methode, Anna. Die Aufteilung von Zielen in kleinere Schritte hilft uns, uns kontinuierlich zu verbessern, ohne uns von der Größe der Aufgabe überwältigen zu lassen. Hast du noch weitere Tipps? Ein weiterer Tipp ist, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Es ist hilfreich, sich mit Menschen auszutauschen, die ähnliche Ziele haben und an ihrem persönlichen Wachstum arbeiten. Wir können voneinander lernen, uns gegenseitig unterstützen und uns motivieren. Da hast du absolut recht, Anna. Ein unterstützendes soziales Umfeld ist sehr wichtig, um unsere Ziele zu erreichen und uns weiterzuentwickeln. Gemeinsam können wir uns gegenseitig inspirieren und ermutigen. Genau. Und abschließend möchte ich betonen, dass persönliches Wachstum ein lebenslanger Prozess ist. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern ständig zu lernen und zu wachsen. Da stimme ich dir vollkommen zu, Anna. Persönliches Wachstum ist eine fortwährende Reise, bei der wir uns kontinuierlich verbessern und entfalten. Es ist wichtig, geduldig mit uns selbst zu sein und Schritt für Schritt voranzugehen. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 4 Unvergessliche Familienrezepte und Gerichte Julia und Tim ihre Erinnerungen an unvergessliche Familienrezepte und Gerichte aus. Sie teilen ihre Lieblingsgerichte und diskutieren deren Bedeutung in ihrer Familie. Die Teilnehmer werden als Julia und Tim bezeichnet. Die Konversation wird in drei Teilen präsentiert. Hey Tim, hast du Lieblingsrezepte oder Gerichte in deiner Familie, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Oh ja, Julia. Ein Gericht, das meine Oma immer für uns gemacht hat, sind ihre berühmten Kartoffelpuffer. Sie sind einfach köstlich. Oh, das klingt lecker. Kannst du dich daran erinnern, wie deine Oma sie gemacht hat? Ja, sicher. Sie hat immer frische Kartoffeln gerieben, sie dann mit Zwiebeln, Mehl und Eiern vermischt und sie in der Pfanne goldbraun gebraten. Sie waren knusprig und schmeckten immer so gut. Das hört sich fantastisch an, Tim. Gibt es eine besondere Gelegenheit oder Erinnerung, die du mit diesen Kartoffelpuffern verbindest? Ja, definitiv. Meine Oma hat sie immer gemacht, wenn die ganze Familie zusammengekommen ist. Es war so ein besonderer Moment, wenn wir alle an einem Tisch saßen und ihre köstlichen Kartoffelpuffer genossen haben. Das klingt nach einer wunderbaren Familientradition, Tim. Es ist schön, wie bestimmte Gerichte solche starken Erinnerungen und Verbindungen schaffen können. Absolut, Julia. Hast du auch ein unvergessliches Familienrezept oder Gericht? Oh ja, definitiv. Meine Mutter macht immer ihre berühmte Lasagne. Sie verwendet frische Zutaten wie Tomaten, Hackfleisch und Gewürze. Und der Geschmack ist einfach unglaublich. Das hört sich großartig an. Wie macht deine Mutter ihre Lasagne? Nun, sie bereitet eine leckere Fleischsoße zu, schichtet sie mit Lasagne-Nudelblättern und einer Mischung aus Mozzarella und Parmesan und backt sie dann im Ofen, bis sie schön goldbraun und bubbly ist. Das klingt nach einem wahren Genuss, Julia. Gibt es eine bestimmte Gelegenheit oder Erinnerung, die du mit dieser Lasagne verbindest? Auf jeden Fall. Meine Mutter macht diese Lasagne immer an meinem Geburtstag. Es ist so schön, dass sie sich jedes Jahr die Mühe macht, mir ein so besonderes Essen zuzubereiten. Das ist wirklich wunderbar, Julia. Es ist toll, wie Essen uns nicht nur nähren kann, sondern auch mit bedeutungsvollen Momenten und Erinnerungen verbunden ist. Tim, erzähl mir mehr über die Bedeutung der Kartoffelpuffer in deiner Familie. Gibt es eine besondere Geschichte dahinter? Oh ja, definitiv. Meine Oma hat uns immer erzählt, dass das Rezept für die Kartoffelpuffer seit Generationen in unserer Familie weitergegeben wurde. Es ist eine Art Familiengeheimnis, das sie stolz hütet. Das ist wirklich interessant, Tim. Es ist schön zu sehen, wie ein einfaches Gericht eine solche Verbindung zur Familiengeschichte hat. Absolut. Meine Oma hat uns auch beigebracht, wie man die Kartoffelpuffer zubereitet. Sie sagte immer, dass es wichtig ist, die Traditionen und das Erbe unserer Familie zu bewahren. Das ist eine schöne Botschaft, Tim. Ich kann verstehen, warum diese Kartoffelpuffer für dich so bedeutend sind. Und was ist mit dir, Julia? Julia? Hast du auch eine besondere Geschichte oder Tradition hinter deinem Familienrezept, der Lasagne? Oh ja, definitiv. Meine Mutter hat das Rezept von ihrer Großmutter geerbt. Sie erzählt uns immer, wie ihre Großmutter diese Lasagne für die ganze Familie zubereitet hat, wenn sie alle zusammenkamen. Das klingt nach einer wunderbaren Familiengeschichte, Julia. Wie schön, dass deine Mutter diese Tradition fortsetzt. Ja, es ist wirklich etwas Besonderes. Meine Mutter hat auch einige persönliche Variationen in das Rezept eingeführt, um es einzigartig zu machen. Sie hat zum Beispiel eine spezielle Gewürzmischung, die sie verwendet, um den Geschmack zu verbessern. Das ist großartig. Es ist schön zu sehen, wie Familienrezepte im Laufe der Zeit weiterentwickelt und an die individuellen Vorlieben angepasst werden. Genau. Tim, es zeigt, wie Essen nicht nur eine Quelle von Nahrung, sondern auch von Kreativität und Verbundenheit ist. Absolut. Es ist wirklich erstaunlich, wie Gerichte und Rezepte uns mit unseren Wurzeln verbinden und uns eine Verbindung zu unserer Familie geben können. Da hast du recht, Tim. Unsere Familienrezepte sind ein kostbares Erbe, das wir weitergeben können. Tim, ich muss sagen, dass ich wirklich viel über deine Familie und ihre Traditionen gelernt habe. Es ist faszinierend zu sehen, wie verschiedene Gerichte in verschiedenen Familien eine solche Bedeutung haben. Danke, Julia. Es war schön, mit dir über unsere Familienrezepte zu sprechen. Aber ich bin auch neugierig. Gibt es in deiner Familie noch andere unvergessliche Gerichte? Auf jeden Fall. Ein weiteres Lieblingsgericht meiner Familie ist der Apfelkuchen meiner Großmutter. Sie hat immer frische Äpfel aus unserem Garten verwendet und den Kuchen mit einer geheimen Zimtzuckermischung bestreut. Das klingt köstlich. Ich liebe Apfelkuchen, besonders wenn er mit frischen Zutaten zubereitet wird. Ja, der Duft von frisch gebackenem Apfelkuchen erfüllt das ganze Haus und erinnert mich sofort an meine Kindheit. Das kann ich mir gut vorstellen. Es ist erstaunlich, wie bestimmte Gerüche und Aromen so starke Erinnerungen hervorrufen können. Absolut. Und was ist mit dir, Tim? Gibt es noch andere Gerichte oder Rezepte, die du mit deiner Familie teilst? Ja, definitiv. Neben den Kartoffelpuffern gibt es ein weiteres Gericht, das uns sehr am Herzen liegt. Der Sonntagsbraten. Jeden Sonntag kommen wir alle zusammen und genießen gemeinsam einen leckeren Braten mit Beilagen. Das hört sich nach einer wunderbaren Tradition an. Es ist schön, wie Essen Familien zusammenbringen kann. Ja, genau. Es ist ein besonderer Moment, in dem wir uns Zeit nehmen, um uns als Familie zu verbinden und gemeinsam zu genießen. Das ist wirklich schön, Tim. Es zeigt, wie Essen nicht nur unseren Hunger stillt, sondern auch unsere Herzen wärmt. Absolut. Die Bedeutung von Familienrezepten und traditionellen Gerichten geht über das Essen selbst hinaus. Es geht um gemeinsame Erinnerungen, Liebe und Zusammengehörigkeit. Da hast du völlig recht, Tim. Unsere Familienrezepte sind ein Schatz, den wir schätzen und weitergeben sollten. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 5 Filmtipps und Serienempfehlungen Julia und Max unterhalten sich über ihre Lieblingsfilme und Serien und geben sich gegenseitig Empfehlungen für spannende Unterhaltung. Hey Max! Hast du kürzlich einen guten Film oder eine interessante Serie gesehen? Ich bin auf der Suche nach etwas Neuem zum Anschauen. Hallo Julia! Ja! Ich habe vor kurzem einen Film gesehen, der mir wirklich gut gefallen hat. Er heißt, Der König der Löwen. Hast du ihn schon gesehen? Ja, den kenne ich. Es ist ein Klassiker. Die Animation und die Musik sind einfach großartig. Ich liebe diese Geschichte über Freundschaft und den Kreislauf des Lebens. Absolut! Es ist definitiv ein Film, den man gesehen haben sollte. Aber hast du schon Stranger Things gesehen? Es ist eine spannende Serie mit einer Mischung aus Mystery, Science Fiction und 80er Jahre Vibes. Oh ja! Ich habe viel Gutes über Stranger Things gehört. Aber ich habe es noch nicht geschafft, es anzuschauen. Es steht definitiv auf meiner Liste. Gibt es noch andere Serien, die du empfehlen kannst? Auf jeden Fall! Wenn du auf Comedy stehst, solltest du Brooklyn Nine-Nine ausprobieren. Es ist eine witzige Polizeiserie mit tollen Charakteren und jeder Menge Humor. Das klingt nach einer lustigen Serie. Ich mag Comedy, also werde ich definitiv einen Blick darauf werfen. Hast du auch einen Filmvorschlag für mich? Natürlich! Wenn du Action magst, könnte Mission, Impossible, Fallout etwas für dich sein. Es ist ein spannender Actionfilm mit atemberaubenden Stunts und Tom Cruise in der Hauptrolle. Actionfilme sind immer aufregend. Ich werde sicherlich einen Filmabend damit planen. Danke für die Empfehlung. Hast du noch weitere Tipps? Ja! Wenn du ein Fan von Fantasy bist, könnte dir die Serie Game of Thrones gefallen. Sie ist voller Intrigen, Machtkämpfe und fantastischer Elemente. Es ist eine epische Reise. Game of Thrones? Habe ich schon viel darüber gehört. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin neugierig auf diese fesselnde Welt. Danke für den Tipp, Max. Kein Problem, Julia. Es gibt so viele großartige Filme und Serien da draußen. Es ist schwer, sich zu entscheiden. Aber ich hoffe, meine Empfehlungen waren hilfreich. Auf jeden Fall, Max. Ich habe jetzt eine gute Auswahl für meine nächste Film- und Serienmarathon-Nacht. Es war toll, sich mit dir darüber auszutauschen. Das freut mich zu hören, Julia. Lass mich wissen, wie dir die Filme und Serien gefallen haben. Viel Spaß beim Anschauen. Das werde ich definitiv tun. Bis bald, Max. Und nochmals vielen Dank für die Tipps. Hey Max, ich habe einige deiner Empfehlungen ausprobiert und sie waren großartig. Gibt es noch andere Filme oder Serien, die du mir ans Herz legen kannst? Freut mich zu hören, Julia. Ich habe vor kurzem die Serie Breaking Bad gesehen und kann sie sehr empfehlen. Es ist eine fesselnde Drama-Serie über einen Chemielehrer, der zum Drogenbaron wird. Breaking Bad habe ich schon oft gehört, aber noch nie angeschaut. Es scheint eine sehr intensive Serie zu sein. Ich werde es definitiv auf meine Liste setzen. Hast du auch einen Film-Tipp für mich? Ja, definitiv. Ein Film, den ich kürzlich gesehen habe und der mich beeindruckt hat, ist Die Verurteilten. Es ist ein Drama über das Leben von Häftlingen im Gefängnis und ihre Hoffnung auf Freiheit. Oh, das klingt nach einer bewegenden Geschichte. Ich mag Filme, die eine starke Botschaft vermitteln. Ich werde mir Die Verurteilten definitiv ansehen. Gibt es noch andere Serien, die du empfehlen kannst? Ja, definitiv. Eine Serie, die ich gerne empfehle, ist Friends. Es ist eine lustige Sitcom über eine Gruppe von Freunden, die in New York City leben. Es ist voller Humor, voller Momente und herzerwärmender Beziehungen. Friends ist ein Klassiker. Ich habe einige Episoden gesehen und sie haben mich immer zum Lachen gebracht. Es ist eine großartige Serie, um sich zu entspannen. Gibt es auch einen aktuellen Film, den du empfehlen kannst? Absolut. Ein Film, den ich vor kurzem gesehen habe und der mich beeindruckt hat, ist Joker. Es ist ein psychologisches Drama über die Entstehungsgeschichte des berühmten Batman-Bösewichts. Joaquin Phoenix spielt die Hauptrolle und liefert eine herausragende Leistung. Joker. Habe ich in den Kinos verpasst. Aber ich habe gehört, dass Joaquin Phoenix eine großartige schauspielerische Leistung erbracht hat. Ich werde sicherlich eine Gelegenheit finden, ihn anzuschauen. Hast du auch einen Geheimtipp für mich? Ja, definitiv. Eine weniger bekannte Serie, die ich sehr empfehlen kann, ist Black Mirror. Es ist eine Anthologie-Serie, die sich mit den dunklen Seiten der Technologie und unserer modernen Gesellschaft auseinandersetzt. Black Mirror. Habe ich schon einmal gehört. Aber ich wusste nicht, worum es genau geht. Es klingt nach einer interessanten und nachdenklichen Serie. Ich werde sie auf meine Liste setzen. Vielen Dank für den Tipp, Max. Gern geschehen, Julia. Es war wieder einmal großartig, sich über Filme und Serien auszutauschen. Es gibt so viele fantastische Inhalte da draußen. Es ist schwer, den Überblick zu behalten. Absolut, Max. Deine Empfehlungen haben meine Watchlist definitiv erweitert. Es war eine Freude, mit dir darüber zu sprechen. Das klingt super, Julia. Ich bin immer bereit, neue Filme und Serien zu entdecken. Wir werden sicherlich noch viele interessante Gespräche darüber führen. Viel Spaß beim Anschauen. Danke, Max. Ich freue mich darauf. Bis bald und nochmals vielen Dank für deine Empfehlungen. Hallo Max. Ich habe einige der Filme und Serien angeschaut, die du mir empfohlen hast, und sie waren fantastisch. Hast du noch weitere Tipps für mich? Hey, Julia. Es freut mich zu hören, dass dir meine Empfehlungen gefallen haben. Natürlich habe ich noch einige weitere Tipps. Wie wäre es mit der Serie, Stranger Things? Sie ist eine Mischung aus Science Fiction, Horror und 80er Jahre Nostalgie. Oh, das klingt interessant. Ich mag diese Kombination aus verschiedenen Genres. Ich werde definitiv einen Blick darauf werfen. Hast du auch einen Filmtipp für mich? Ja, absolut. Ein Film, den ich vor kurzem gesehen habe und der mich wirklich beeindruckt hat, ist Interstellar. Es ist ein Science Fiction Film über eine Gruppe von Astronauten, die durch ein Wurmloch reisen, um einen neuen bewohnbaren Planeten zu finden. Interstellar habe ich schon oft gehört, aber noch nie gesehen. Es scheint eine fesselnde Geschichte zu sein. Ich werde ihn auf meine Liste setzen. Gibt es auch eine lustige Serie, die du empfehlen kannst? Definitiv. Eine Serie, die ich gerne empfehle, ist Brooklyn Nine-Nine. Es ist eine Polizeicomedy-Serie mit einer großartigen Besetzung und vielen humorvollen Momenten. Es ist perfekt, um sich zu amüsieren. Brooklyn Nine-Nine habe ich schon einige Folgen gesehen und ich finde sie wirklich witzig. Es ist großartig, dass es eine Serie gibt, die Polizeiarbeit mit Humor verbindet. Gibt es auch einen Klassiker, den du empfehlen kannst? Absolut. Ein Klassiker, den ich immer wieder gerne anschaue, ist der Film, Der Pate. Es ist ein Mafia-Drama mit einer fesselnden Handlung und großartigen schauspielerischen Leistungen. Der Pate steht schon lange auf meiner Liste. Ich habe viel Gutes darüber gehört und bin gespannt auf die Handlung. Hast du auch einen Geheimtipp für mich? Ja, definitiv. Ein Geheimtipp ist die Serie, Dark. Es ist eine deutsche Science-Fiction-Serie mit einer komplexen Handlung über Zeitreisen. Sie ist düster und fesseln zugleich. Dark. Habe ich schon viel darüber gehört, aber noch nie einen Blick darauf geworfen. Es klingt nach einer Serie, die man nicht verpassen sollte. Vielen Dank für den Tipp, Max. Kein Problem, Julia. Es war wieder einmal großartig, über Filme und Serien zu sprechen. Es gibt so viele gute Inhalte da draußen. Es ist schwer, sie alle zu entdecken. Da hast du absolut recht, Max. Ich bin froh, dass wir unsere Empfehlungen miteinander teilen können. Es eröffnet immer neue Möglichkeiten für spannende Unterhaltung. Auf jeden Fall. Es war mir eine Freude, mit dir darüber zu sprechen. Ich bin sicher, wir werden noch viele weitere tolle Filme und Serien entdecken. Viel Spaß beim Anschauen. Vielen Dank, Max. Ich freue mich darauf. Bis bald und nochmals vielen Dank für deine Empfehlungen. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 6 Kreative Herausforderungen In diesem Gespräch teilen Lisa und Max ihre persönlichen künstlerischen und kreativen Herausforderungen. Sie diskutieren über ihre Erfahrungen und wie sie mit Schwierigkeiten umgehen, um ihre kreativen Ziele zu erreichen. Hey Max. Ich wollte mit dir über künstlerische Herausforderungen sprechen. Hast du in letzter Zeit eine kreative Blockade erlebt? Oh ja. Lisa. Das kenne ich nur zu gut. Vor kurzem hatte ich eine Phase, in der ich einfach keine neuen Ideen mehr hatte. Es war frustrierend. Ich verstehe dich, Maximal. Auch ich habe solche Phasen erlebt. Wie bist du damit umgegangen? Nun, ich habe festgestellt, dass es hilfreich ist, eine Pause einzulegen und mich von anderen inspirieren zu lassen. Ich habe mir Kunstwerke anderer Künstler angesehen und bin in die Natur gegangen, um neue Eindrücke zu sammeln. Das klingt nach einer guten Strategie, Maximal. Manchmal braucht man einfach frische Perspektiven, um aus der Blockade herauszukommen. Ich habe auch festgestellt, dass es hilfreich ist, verschiedene kreative Techniken auszuprobieren. Ja, das stimmt, Lisa. Ich experimentiere gerne mit verschiedenen Medien und Stilen. Das gibt mir neue Impulse und öffnet mir neue Wege für meine künstlerische Arbeit. Das ist großartig, Maximal. Es ist wichtig, mutig zu sein und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Manchmal liegt die Lösung für eine kreative Blockade darin, sich außerhalb der Komfortzone zu bewegen. Da hast du absolut recht, Lisa. Es ist auch wichtig, sich selbst nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Manchmal entstehen die besten Werke, wenn man locker lässt und den kreativen Prozess genießt. Definitiv, Maximal. Es geht darum, den Spaß am kreativen Schaffen zu bewahren und sich nicht von Erwartungen oder Perfektionismus einschränken zu lassen. Genau, Lisa. Es ist auch hilfreich, eine Community von Gleichgesinnten um sich zu haben, mit denen man sich austauschen und gegenseitig unterstützen kann. Da stimme ich dir zu, Maximal. Eine kreative Community kann inspirierend sein und einem helfen, Herausforderungen zu bewältigen. Man kann voneinander lernen und sich gegenseitig motivieren. Absolut, Lisa. Es gibt nichts Schöneres, als sich mit anderen Künstlern auszutauschen und gemeinsam zu wachsen. Wir können voneinander lernen und uns gegenseitig ermutigen, unsere kreativen Ziele zu verfolgen. Das sehe ich genauso, Maximal. Es ist wichtig, sich nicht entmutigen zu lassen und kontinuierlich an seinen Fähigkeiten zu arbeiten. Mit Ausdauer und Hingabe können wir unsere künstlerischen Herausforderungen meistern und unsere kreativen Ziele erreichen. Max, hast du noch andere bewährte Strategien, um künstlerische Herausforderungen zu bewältigen? Ja, Lisa. Neben der Inspiration von anderen Künstlern und dem Experimentieren mit verschiedenen Techniken, finde ich es hilfreich, einen strukturierten Arbeitsprozess zu haben. Das gibt mir eine klare Richtung und hilft mir, fokussiert zu bleiben. Das ist eine gute Idee, Maximal. Ein strukturierter Arbeitsprozess kann einem helfen, organisiert zu bleiben und den Fortschritt in seiner künstlerischen Arbeit zu verfolgen. Wie gestaltest du deinen Arbeitsprozess? Ich beginne oft mit einer Skizze oder einem groben Entwurf, um meine Ideen festzuhalten. Dann arbeite ich schrittweise daran, mein Kunstwerk zu entwickeln. Ich setze mir kleine Ziele und arbeite kontinuierlich daran, sie zu erreichen. Das klingt nach einem effektiven Ansatz, Maximal. Indem du deine Ziele in kleinere Schritte aufteilst, wird das Gesamtbild weniger überwältigend. Es ist wichtig, sich auf den Fortschritt zu konzentrieren, anstatt sich nur auf das Endergebnis zu fixieren. Absolut, Lisa. Der Prozess ist genauso wichtig wie das Endergebnis. Es geht darum, jeden Schritt der Reise zu schätzen und die Erfahrungen zu nutzen, um zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Das ist eine weise Einstellung, Maximal. Ich finde es auch hilfreich, meine Werke regelmäßig zu reflektieren und Feedback von anderen einzuholen. Dadurch kann ich meine Stärken stärker hervorheben und an meinen Schwächen arbeiten. Das ist eine großartige Gewohnheit, Lisa. Das Feedback anderer Künstler oder sogar von Freunden und Familie kann uns wertvolle Einblicke geben und uns dabei helfen, uns weiterzuentwickeln. Ich stimme dir zu, Maximal. Es ist wichtig, offen für konstruktive Kritik zu sein und sie als Chance zur Verbesserung zu betrachten. Es geht darum, kontinuierlich zu lernen und zu wachsen. Genau, Lisa. Und manchmal ist es auch hilfreich, eine Pause einzulegen und Abstand zu gewinnen. Es kann uns helfen, neue Perspektiven zu gewinnen und mit frischer Energie an unsere kreative Arbeit zurückzukehren. Das ist eine gute Erinnerung, Maximal. Manchmal können Pausen und Ruhezeiten uns dabei helfen, neue Inspirationen zu finden und unsere kreativen Blockaden zu überwinden. Es ist wichtig, auf sich selbst zu achten und sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Absolut, Lisa. Selbstfürsorge ist entscheidend, um langfristig kreativ zu bleiben. Sich Zeit für Entspannung, Erholung und andere Interessen zu nehmen, kann uns helfen, unseren Geist zu erfrischen und neue Ideen zu generieren. Da hast du recht, Maximal. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen unserer künstlerischen Arbeit und anderen Aspekten unseres Lebens zu finden. Das kann uns dabei helfen, unser kreatives Potenzial voll auszuschöpfen. Ich stimme dir zu, Lisa. Es ist eine ständige Reise, aber es lohnt sich, seine kreativen Fähigkeiten zu entwickeln und sich selbst immer wieder herauszufordern. Auf jeden Fall, Maximal. Mit Geduld, Ausdauer und der Bereitschaft, aus unseren Herausforderungen zu lernen, können wir unsere kreativen Ziele erreichen und uns in unseren künstlerischen Fähigkeiten verbessern. Das sehe ich genauso, Lisa. Lass uns weiterhin unsere Leidenschaft für die Kunst ausleben und uns gegenseitig ermutigen, unsere kreativen Grenzen zu erweitern. Das klingt nach einem Plan, Maximal. Lass uns unsere künstlerischen Reisen fortsetzen und unsere kreativen Träume verwirklichen. Max, ich bin wirklich inspiriert von unseren Gesprächen über künstlerische Herausforderungen. Es ist schön zu wissen, dass wir uns gegenseitig unterstützen und ermutigen können. Das finde ich auch, Lisa. Es ist großartig, jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann, der ähnliche Erfahrungen macht und dieselben Leidenschaften teilt. Absolut. Maximal. Es ist wichtig, ein unterstützendes Netzwerk von kreativen Menschen um sich zu haben, die einen motivieren und einem helfen, auch in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben. Das stimmt, Lisa. Künstlerische Herausforderungen gehören zum kreativen Prozess dazu, und es ist schön zu wissen, dass wir nicht alleine sind. Genau. Maximal. Wir können voneinander lernen und uns gegenseitig ermutigen, unsere künstlerischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Es ist eine Reise, die wir gemeinsam gehen können. Das ist wahr, Lisa. Und ich denke, es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass kreative Herausforderungen uns wachsen lassen und uns dazu bringen, unsere Komfortzone zu verlassen. Definitiv. Maximal. Indem wir uns unseren Ängsten stellen und uns neuen künstlerischen Herausforderungen stellen, können wir über uns selbst hinauswachsen und unsere kreativen Grenzen erweitern. Ja, Lisa. Es ist spannend zu sehen, wie sich unsere künstlerischen Fähigkeiten im Laufe der Zeit entwickeln und wie wir uns selbst übertreffen können. Ich stimme dir zu, Maximal. Es ist erstaunlich, wie wir uns weiterentwickeln können, wenn wir uns den Herausforderungen stellen und kontinuierlich an uns arbeiten. Auf jeden Fall, Lisa. Und während wir uns weiterentwickeln, ist es wichtig, unseren eigenen künstlerischen Stil und unsere Einzigartigkeit zu entdecken und zu pflegen. Das ist ein wichtiger Punkt, Maximal. Jeder von uns hat eine einzigartige künstlerische Stimme, die es zu erkunden und zum Ausdruck zu bringen gilt. Absolut, Lisa. Indem wir unserer Intuition folgen und unseren eigenen Weg gehen, können wir unsere künstlerische Reise auf eine authentische und bedeutsame Weise gestalten. Ich bin begeistert, Maximal. Lass uns weiterhin unsere kreativen Ziele verfolgen und unsere Leidenschaft für die Kunst am Leben halten. Auf jeden Fall, Lisa. Gemeinsam können wir viel erreichen und uns gegenseitig unterstützen. Lass uns unsere künstlerische Reise fortsetzen und unsere Träume verwirklichen. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht es zu liken und zu abonnieren. Tschüss. Ich bin begeistert, Maximal.